Was ist die Organisation des Nationalen Aktionsbündnisses? Unsere Organisation ist dem Nationalen Aktionsbündnis beigetreten, weil wir oft vor Ort die Notärzte stellen und dann die Leihenreanimation koordinieren oder übernehmen müssen. Der Faktor Zeit ist extrem wichtig, weil wichtige Anteile des Gehirns nach vier bis fünf Minuten beginnen abzusterben und dann im Prinzip durch eine weitergehende Reanimationsmaßnahme kein gutes Outcome oder kein positives Outcome mehr möglich ist. Hilfe holen und sofort Selbsthilfe ausführen. Nicht warten, bis jemand dazukommt und Ihnen hilft, sondern selber als Laie beginnen, die Reanimation durchzuführen. Gehen Sie zu Kursen, gehen Sie zu Simulationen, versuchen Sie Ihre Barriere oder Ihre Angst in den Griff zu bekommen und so durch ein Training einer Leihenreanimation einer Person, die einen Herzstellstand erleidet, etwas Gutes zu tun. Gehen Sie zu Kursen, gehen Sie zu Kursen, etwas Gutes zu machen. Gehen Sie zu Kursen, gehen Sie zu Kursen, gehen Sie zu Kursen. Gehen Sie sich zum Kursen.